Schwarzer Kies Ein Film von Helmut Keutner Es ist die Geschichte eines Mannes der verlorenen Generation, dieses Robert Neidtat, der keine Illusionen mehr hat, der immer ein Landsknecht war. Erst arbeitslos, dann Arbeitsdienst, erst PG, dann PW, erst Madeira-Fahrer, dann Russland-Heimkehrer, erst Volkswagen-Sparer, dann Mitläufer. Und immer wieder alles im Eimer. Ein drittes Mal passiert mir das nicht, das kann ich nicht mehr sagen. Seien Sie vernünftig, Rössler. Die Amis beschweren Sie. Die Amis, die Kitsch. Weißt du, vor wem du wegläufst? Vor dir selber, vor deinem eigenen Gewissen. Quatsch, Gewissen. Sonst in Nova gibt's bei mir ja nicht. So bist du. Du Saukerle! Aus Nix machst du dir was? Einem Mann ohne Illusionen, der für die Erweiterung amerikanischer Raketenbasen in Europa arbeitet, passiert das Missgeschick, mit einer Fuhre schwarzen Kieses, die er verschieben will, nachts ein Unglück herbeizuführen. Helmut Keutner führt uns in eine zwielichtige Welt. Das ist der Schuppen. Früher war's ein Kuhstall, jetzt ist es ein Saustall. Die moderne Technik verändert das Land. Und die Menschen. Warum sollten wir nicht da wieder anfangen, wo du aufgehört hast? Hauptsache es stimmt noch und das haben wir hier schnell gehört. Jeder ist auf der Jagd nach einem bisschen Glück. Lebenshunger herrscht. Und Angst. Ich will dich nicht verlieren, John. Und ich verliere dich, wenn ich hierbleiben muss. Ich hab so Angst. Herr Neidhardt, gestern sind zwei Menschen spurlos verschwunden. Warum wollen Sie mir nicht sagen, was Sie davon wissen? Ich hab die Polizei verständigt. Die legen sich heute Abend im Preschelhof auf die Lauer. Zäh, sieh mal, guck der neue Boss. Erzähl Ihnen bloß nichts von dem schwarzen Kies. Schwarzer Kies. Sie haben was gefunden. Ja, Sie graben auf. Wir müssen weg, sofort. Wer weiß davon? Nur du und dieser Mann? Ja. Dann gibt es diesen Unfall nicht. Weißt du, was du bist? Ein Mörder bist du. Schwarzer Kies. Ein heißes Thema unserer Tage.